Und Leon Bergmann natürlich letztes Jahr. Langer Puck und 2 auf 2 Möglichkeit. Die Eisbären mit der Chance und dem Tor 3 zu 2. Leon Bergmann. Da schlagen sich die Ereignisse. Das müssen wir nochmal zurückspulen. Da sehen wir es jetzt hier. Gawancke kommt da in die Jubeltraube rein. Und dann lassen sich die beiden noch gar nicht lange bitten. Und Leon Bergmann natürlich letztes Jahr von den Adler Mannheimen.